Hallo, hier ist Martin von MyMonkeys, das ist die Dachse-Analyse für Montag, den 7. März 2022 und unsere Mietse-Kätzchen muss sich hier ein bisschen die Augen zu halten. In der Ukraine geht es jetzt erstmal unverändert weiter, ihr habt das alle im Live-Tiger zur Genüge gesehen. Appelliere nur ein bisschen an die Vernunft, dass nicht Russland selbst und auch nicht jeder russische Bürger, der sich in Deutschland oder irgendwo anders in der Welt aufhört, plötzlich schlecht ist, auch wenn Putin und die Soldaten, die dort attackieren, definitiv nicht nach Recht und Richtigkeit agieren. Also das heißt, da jetzt irgendwelche Leute in Deutschland anzupöbeln, ich finde das nicht richtig, das wollte ich hier bloß mal erwähnen, weil man das zunehmend mitkriegt, dass in Deutschland da irgendwelche Autos von Russen beschädigt werden, irgendwelche Geschäfte, die die machen. Also ich glaube, so viel Verstand und Vernunft sollte doch hier jeder besitzen, dass man nicht wieder, wie in der Corona-Krise, so eine Kollektivschuld irgendwo unterstellt. Damals hat man sich gegen die Geimpften oder gegen die Nicht-Geimpften irgendwo verschworen, alle auf einen draufgeklopft, jetzt sucht man sich hier die Russen aus, die letztendlich auch nicht wirklich viel können, dass vornherein einfach die Politik versagt hat. So muss man es auch einfach sehen halt. Das war bei Corona nicht anders, da hat man auch eine Risikosituation unterschätzt, falsch agiert am Anfang, viel zu langsam die falschen Konsequenzen rausgezogen und hinten dran musste man dann Maßnahmen bringen, die nichts gewirkt haben und schwuppdiwupp hat man sich auch irgendwelche Schuldigen gesucht und das halbe Volk hat sich draufgestürzt und die diskriminiert und runtergemacht. Jetzt ist das das Gleiche mit den Russen. Ja, also hätte die europäische Regierung sich auch mal vorher ein bisschen Mühe geben können, um die Risikosituation und Bedrohung auch so wahrzunehmen, wie sie ist und so wie sie auch kommuniziert wurde von russischer Seite. Und dann müsste man jetzt hinten raus nicht hier in Deutschland irgendwelche Russen verfolgen, förmlich halt und diskriminieren und so weiter. Also finde ich, finde ich absolut unterste Kanone. Aber so sind die Deutschen halt. Da lassen sie sich gerne vor einen Karn spannen. Hauptsache ein Feinbild ist dagegen, dass man kämpfen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Gehört ja auch gar nicht hin. Appelliere da bloß hier Vernunft an jedes Einzelnen. Da ein bisschen einfach, ja, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und mit gesundem Menschenverstand einfach mal an die Situation ranzugehen. Man kann das verurteilen, das ist nicht gut. Man kann Unterstützung leisten. Aber ich glaube, man muss deswegen nicht Leute verurteilen, die damit überhaupt nichts zu tun haben und die auch nichts können und die das vielleicht selber gar nicht gut finden. Und ja, gut. Okay. Thema erledigt. Politische Bildung abgeschlossen. Gucken wir auf unseren DAX. Der hat sich nach unten ein gutes Stück weiter durchgemäht, sogar deutlicher, als das gedacht war. Wir hatten davor gesprochen, darüber gesprochen, dass wir eine kleine Verkeilung drin hatten. Wir hatten auch deutlich darüber gesprochen, was kann passieren, wenn der DAX die nach oben auflöst. Wir haben uns lange damit beschäftigt. Aber immer wieder mit der Aussage, mir ist nur wichtig, euch darauf vorbereiten, wenn der Markt hier Strecke macht, dass man sich nicht zu sehr verkämpft, dass man da nicht Schiffbruch erleidet, weil das oben wie unten halt einfach wehtun kann. Wir haben trotzdem gesagt, das heißt, der ist noch im Abwärtsrennen. Der kann auch weitere Tiefs machen, kann auch weiter durchfallen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Mir war plötzlich wichtig, euch vorzubereiten, dass auch stärkere Gegenbewegungen kommen. Und ähnlich müssen wir jetzt auch am Montag rangehen. Wir haben zum Freitag jetzt nach unten nochmal ein gutes Stück, wirklich vom Vortag zum Schluss nach unten weggearbeitet. Also das ist eine ganze Latte gewesen, was da runterkam. 5% in der Spitze, 693 Punkte. Das ist allerhand. Das bringt natürlich auch für Rückläufer entsprechendes Schlachtpotenzial. Also da würde ich den Fall mal, der steht mir jetzt im Weg. Der war ja gesetzt. Das soll jetzt nicht so aussehen, wie als löschen wir hier irgendwelche Pfeile. Mir wäre es an sich egal, aber es gibt ja Leute, die stellen sich hin, wenn ich hier einen Pfeil rauslösche. Ja, ja, die Pfeile, die nicht geklappt haben, die löst du einfach raus. Darum geht es nicht. Das können wir gerne drinnen stehen lassen, damit sich andere Leute da besser fühlen. Dass wir hier auch mal nicht gelegen haben, ihr wisst, wie es ist, wie die Pfeile auch zu werten sind. Bedeutet, wir sehen, wir gucken uns so eine Linie an. Wenn die reagiert, 200, 350, 300, 280, ich weiß gar nicht, was wir hier als Ziel mit benannt haben. 450, gucken wir, dreht er sich auf, bringt er schöne grüne Kerzen. Dann gehen wir long, so wie das so ein Pfeil zeigt, probieren das. Aber wenn er einfach nur drunter durchsteigt, dann gibt es da keine Rechtfertigung für long halt. Also die einzigste Rechtfertigung hätte es hier im Bereich um 200 gegeben. Das sah so ganz gut aus. Der hat sich wirklich probiert zu stabilisieren über gut sechs Stunden. hat er es dann aber nach unten verlassen und dann ist halt die 13.000 das nächste Ziel gewesen. Die hat er dann auch abgearbeitet. So, hier geht es jetzt aber auch weiter. Also, wir haben Rücklaufrisiko, das kann man jetzt deutlich nach oben ziehen. Weil wenn er sich jetzt nach oben drückt am Montag, geht er wahrscheinlich auch am Dienstag noch weiter. Und dann dürfte er von unten hier in die Keilkante reinstoßen. Es kann auch sein, dass es so eine Linie macht. Ich zeige euch die mal, ich nehme die gleich wieder raus. Ich zeige euch die bloß mal, dass ihr das ein bisschen vor Augen habt, dass der auch tiefer drehen kann. Also, es kann sein, na gut, es passt eigentlich. So viel Unterschied ist es nicht. Die fängt ab 6.20 an. Merkt euch das mal. Ab 6.20 bis 7.100 wäre dann hier schönes Rücklaufziel jetzt für den DAX. Um Montagdienst einfach noch mal ein bisschen hochzukommen und sich dann über die nächste Wochenhälfte wieder deutlich nach unten zu arbeiten. Vielleicht gibt es ja am Montag mal ein bisschen längere Feuerpausen in der Ukraine. Ein bisschen mehr Entspannung. Dass da wieder ein bisschen Ruhe reinkommt. Sowas wird in dem Markt einfach auch, glaube ich, gut tun. Das wird ja gut annehmen jetzt, wenn man da sagt, okay, zweitägische Waffenruhe wird vereinbart, um Evakuierung durchzuführen, friedliche Lösungen zu finden und so weiter. Weiß es nicht. Also, es wird auf beide Seiten wahrscheinlich nicht ganz so verkehrt. Ich meine, Putin hat letztendlich jetzt auch irgendwo ein bisschen Truppen nach zurück deutlicher zu kämpfen. Da wird mit Waffenlieferung der NATO ganz gut eingeheimt. Man hat jetzt Berichte gehört, dass irgendwie fünf Flugzeuge und ein Baubschrauber abgeschossen wurden mit den Stinger-Raketen aus den USA und Deutschland. Dann hat er, kriegt die Ukraine massiv Kohle aus den USA, 10 Milliarden. Ich glaube, Europa sind es drei Milliarden. Also, ich glaube, insgesamt haben die fast 15, 20 Milliarden Unterstützung jetzt gekriegt. Davon kannst du schon ordentlich Zeug kaufen, was du dann gegen Putin verwenden kannst. Ob das natürlich rechtzeitig kommt und ob das Geld dort jetzt überhaupt noch was bringt, bin ich so und so gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ukraine ist ja nur eher für Korruption und für nicht ganz so europäische Werte bekannt. Deswegen sind sie ja auch noch nicht in der EU gewesen. Das darf man immer gar nicht so vergessen. Ich habe früher immer, wo ich noch Mitfahrer mitgenommen habe, das kann man sich gar nicht erzählen. Aber das ist doch keine 20 Jahre her. Vor zehn Jahren habe ich noch Mitfahrer mitgenommen, wenn ich gependelt bin auf der Autobahn. Um einfach noch ein... Nein, Lukas hat sich verschluckt. Lukas, der kriegt hier gerade was zu trinken. Nicht wundern, wenn es hier ein bisschen hustet von der Seite. Der hat heute besonders viel Durst. So. Ja, also ich habe früher immer Mitfahrer mitgenommen. Da waren öfters mal welche aus der Ukraine mit dabei und die haben mir mal erzählt, wie das da eigentlich zugeht. Und das ist schon manchmal ein bisschen so ein Rücken runtergelaufen, was das eigentlich für Zustände sind dafür, dass es ja doch europanah ist. Und das darf man vielleicht nicht ganz so vergessen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was die mit dem Geld anfangen. Und ich hoffe nicht, dass Putin die Pause nutzt, um da irgendwie noch von chinesischer Seite Unterstützung heranzuholen. Das würde, glaube ich, hier einen ganz anderen Beigeschmack reinkriegen. Und plötzlich dem einen oder anderen in Deutschland deutlich die Angst ins Gesicht treiben, wenn hier plötzlich chinesische Panzer in der europäischen Zone drinnen rumfuchteln. Aber ja, viel, viel lässt man Putin nicht zu. Da wird ordentlich rumsanktioniert. Alle Firmen, da geht ja bald gar nichts mehr. Also den drängt man ganz schön in die Enge. Kann man nur hoffen, dass sich das dann auch schnell beendet. Und der jetzt nicht richtig aus Verzweiflung noch irgendwelchen Quatsch macht. Ganz schön in die Enge getrieben, der Kerl. Da muss man, sollte man auf jeden Fall auch aus politischer Seite unterhalb des Risikos noch einplanen. Das heißt, bewegt sich auch unser Markt am Montag weiter nach unten unter 9,48. Hört, fällt nicht auf. Für diejenigen, die hier long drinnen sitzen, ohne Stop Loss, definitiv nicht das, was ihr hören wollt. Aber ich muss da ehrlich mit euch sein, weil ihr könnt euch richtig die Nase noch auszahlen. Wir haben hier unten noch einen Gap. Das zieht sich von 6,70 bis 4,83 etwa. Ja, also 4,90, 4,83 und oben ist es die 6,70. Das ist eine schöne Anlaufzone, auch für einen Montag nochmal da reinzustechen. Ob der Bereich über die ganze Woche dann halten kann, würde ich eher nicht glauben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass zu einem Montag dort auf jeden Fall erstmal gut Schicht im Schach sein konnte. Das ist das US-Wahl-Gap. Ja, also hier ist die US-Wahl durchgegangen. Trump hat verloren und dann ist der Markt quasi hier geschlossen, hier eröffnet. Und dann halt nach oben gerannt bis zur 16.600 durch. So, jetzt kriege ich von der Seite von meinem Chef die Ansage, wir sind langsam durch. Und so müssen wir es auch festhalten. Oben haben wir besprochen, Rücklaufrisiko hat zugenommen. Erste Station ist die 200. Über 200 hätten wir dann 3,15 und 4,50 als nächstes Ziel. Und ich würde schon sagen, wenn er in Rücklauf geht, glaube ich, geht er auch bis 6,70. Hier haben wir 6,70 gesagt. Doch, 6,70 bis 7,100. Und dort können Sie sich dann nochmal deutlicher runterdrehen. Und ansonsten wäre hier unter 9,60 entsprechend noch weiter Platz. 12,800 ist eine ganz alte, bekannte Marke. Und dann 12,6,70. Das sind so die zwei großen auf der Unterseite, die ich noch sehe. Und so würde ich einfach rangehen, gucken. Den Markt ruhig erstmal reinkommen lassen. Den CETA-Start erstmal durchlassen. Und dann so gucken, wie bewegt sich der DAX nach 9,30 nach 10 Uhr. Und dann kann man so jede Stunde eigentlich nochmal so Review passieren lassen. Okay, wo stehen wir jetzt? Stehen wir grün da? Dann kann man eigentlich weiter in der Erholung traden. Rechnet aber auch damit, wenn er erholt, kommt er immer nochmal kurz zurück. Macht ein höheres Tief. Dreht sich wieder hoch. Also nicht dann denken, wenn er früh sich schön aufgedreht hat. Und er macht dann am Mittag eine kleine Drehung, dass dann gleich wieder ein neues Tief kommen muss. Dann kommt wahrscheinlich bloß ein kleiner Rücklauf und dann dreht sich zum Nachmittag nochmal hoch. Also das würde ich so machen. Einfach ruhig die ersten Stunden ein bisschen abwarten. Und dann entsprechend der Bewegung folgen in der Erholung rein. Oder wenn er wirklich weiter schwach hier runter schrubbt unter 9,60. Dann rein in die 12,800. Rein in die 6,70. Und dann gegebenenfalls vielleicht Gap Close. 12,483. Die sollte man sich merken. 12,500 so im Groben. Und dann würde ich für diejenigen, die jetzt hier in der Welle Short aufgebaut haben, auf jeden Fall auch erstmal sagen, vielleicht dann auch kompletten Ausstieg erstmal suchen. Weil von hier können schon durchaus... Also in dem Bereich hier kann schon durchaus eine größere Gegenbewegung auch wieder einsetzen. Auch auf Tagesebene. Das ist eine ordentliche Zone, die dann hier wieder eine ganze Weile nach oben zurückkommen kann. Und da müssen wir auch schon sagen, wenn der Markt dann tatsächlich in den Rebound geht, der kann schon ordentlich nach oben federn. Der hat dann auch durch die hohe Volatilität natürlich auch oben ordentlich Rückschlagskraft. Da passt bitte auf. Nicht, dass ihr dann jetzt, wenn die ersten grünen Kerzen dann wirklich mal nach oben richtig zimmern, dann erst anfangen, Groß Short zu wollen. Das wird wahrscheinlich dann auch ins Auge gehen und dann sitzt man bis hier oben hin. So, und bevor mein Chef hier weiter von der Seite schimpft, steckt sich jetzt gerade die Faust ins Gesicht hier und schleckert sich die Hand ab, würde ich sagen, mache ich jetzt hier aus, wünsche euch einen schönen Sonntag und dann hören wir uns Montag. Viel Erfolg. Bis dahin. Tschüss.